Können Sie uns mal beschreiben, was es mit dieser Felsstrafgefangenenabteilung 4 auf sich hatte? Bis etwa Mitte 1942 war es ja so, dass Gefängnisstrafen von Soldaten in den Wehrmachtgefängnissen in Deutschland verbüßt wurden. Und schon im April 1942 hat Hitler selbst angeordnet, dass der Strafvollzug aus diesen Wehrmachtgefängnissen in Deutschland in großem Umfang direkt an die Front verlegt werden sollte. Er wollte damit den Abschreckungsgedanken stärken, denn es wurde festgelegt, der Einsatz dieser Gefangenen sollte unter schwierigen und gefahrvollen Umständen direkt dort stattfinden, wo Artilleriebeschuss bestand, wo Luftangriffe stattfanden, also eben bei der kämpfenden Truppe. Ein zweiter Aspekt dieses Einfalls war natürlich, dass man dadurch auch direkt Reserven für die Front gewann, denn Pioniere, Bausoldaten wurden dadurch für andere Aufgaben freigemacht. Dieser Abschreckungsgedanke bestand natürlich vor allem in der Art der Arbeiten. Dort wurde beispielgebend genannt in dem Aufstellungsbefehl die Leichenbergung, das Minenräumen und eben der Bunker- und Stellungsbau in den vorderen Linien.